Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute einen Essence One Brand Make-Up Look schminken und zwar diesen, den ich gerade trage. Das Ganze ist in einer Kooperation mit Michi Lieb zusammen entstanden. Sie hat einen Look geschminkt, den sie an einer Hochzeit getragen hat bzw. tragen wird. Und ich habe diesen hier geschminkt, den ich tragen würde, wenn ich auf eine Cocktailparty gehen würde bzw. an eine Strandbar oder ähnliches. Und da ist man doch ein bisschen mehr geschminkt, weil es ist ja spät abends, die Sonne geht so langsam unter. Und da dachte ich mir, kann man ein bisschen mehr Make-Up vertragen, was ja eigentlich sonst nicht so mein Ding ist. Aber in solchen Anlässen schminke auch ich mich gerne ein bisschen mehr. Und deswegen ist dieser Look hier entstanden, der in einem blau-lila-braun harmoniert miteinander. Ich hoffe, euch gefällt dieser Look und ihr habt Spaß beim Nachschminken. Nur nicht lange schnacken, sondern weiter geht's mit dem Video. Und da geht's mit dem Video. Und da geht's mit dem Video. Und da geht's mit dem Video. Untertitelung. BR 2018 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 So, nun habt ihr das Video gesehen. Ich würde mich natürlich super super doll freuen über einen Daumen nach oben und einen Klick auf meinen Abonnier-Button, wenn ihr mich noch nicht getan haben solltet. Dann wäre aber natürlich auch total cool, wenn ihr auf Mitchis Kanal gehen würdet. Hier verlinke ich euch mal das Video zu ihr, damit ihr auch ihr Video sehen könnt, wie sie sich geschminkt hat, da sie ein ganz anderer Typ ist und eben auch ein Hochzeitslook geschminkt hat, was ich super spannend finde und sie sieht wirklich bezaubernd aus. Ich habe schon ein Bild davon gesehen. Bitte, bitte, bitte geht auf Mitchis Kanal und klickt ihr Video an und schaut auch ihr Tutorial dazu an. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 ... ...